ok meine sehr verehrten damen und herren heute abend gibt es für whisky trinken zusammen mit unser scotty der whisky hund und was haben wir denn alles für schönes wir haben ein irischer whisky bush mills red bush stetson genau den von dem hut man kann immer noch jr ewing ohne seinen hut gab es kein jr dann haben wir die low east side das ist ein aus süd schottland aus dem bordes aus hoek schöner ort da und dann haben wir nomad whisky ist es ein schotter ist es ein spanischer beide nicht es ist ein outland whisky auch interessant dann haben wir dann du vielleicht die schönste flasche des abends schöne sherry whisky wir haben eine viktorienste flasche so heißt das gotti viktorians und dann haben wir ein franzose aus der kolyak gegend ja weinbrand gegen oberhalb nördlich von bordeaux da kommt diese her dann der whisky weekend 20 whisky dieses jahres als ein holländer ein millstone aber einzige whisky der welt wo drauf ein etikett steht sind wir völlig stolz drauf und der letzte ist mein eigener henry's choice ein hammer vom eiler was es ist eine überraschung aber eins ist sicher 22,3 prozent mit torf